Musik Aber da kommt die Konkurrenz von außen und geht an die Spitze Das kann eigentlich nur Stefan Brandhofer sein Markus Venus, höre ich gerade Markus Venus im Flurum vor Tobi Kuhne und Karl May Karl-Keyl dritter fällt aber jetzt aus Karl-Keyl ausgefallen Herr-Keyl dritter fällt »Hepache« »Fahrt« 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 Das war's. Vielen Dank.